Im Fahrerlager erzählt man sich, dass Yume Tanaka von Seneca das neue Tiefenglied dazu antreibt, noch fokussierter zu fahren. Vielleicht kriegen wir heute ein Team-internes Duell zu sehen. Yume will es mit dir austragen. Betrachtet sie als deine Rivalin. Okay, passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig auf dem Rennen werft. Keine Sorge, Endo. Wir sind doch meine Profis. Ey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder berutscht. Teil des Flers. Wir sind doch eine Red SOL-Internet. Tug-internet. Wir sind in der Treppe-Internet. Drei. Wir sind ja, die coopern. Wir sind ja, die Anstrengen. Dann, wir haben die Pfeier-Internet. Die Pfeier-Internet. Die Pfeier-Internet. We sind die Pfeier-Internet. Zweite Runde. Du hältst gut mit. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das sieht gut aus für Seneca. Das sieht gut aus.